Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum ersten Wetter.net-Video im neuen Jahr 2021. Erstmal ein gutes, frohes und gesundes neues Jahr. Ja, die Wetterlage, die geht im Grunde in den ersten Tagen des neuen Jahres genauso unspektakulär weiter, wie das alte Jahr geendet hat. Ziemlich nass, kalt, schmuddelwetter. Aber spannend wird es am Sonntag, denn dann könnte es eine Rutschpartie für viele von uns geben mit Schneefällen bis in tiefe Lagen. Da stellt sich natürlich noch die Frage am Ende, kommt nun der Dauerwinter im Januar? Der Dezember 2020 ist ja 2,3 Grad zu warm geendet, 2,3 Grad wärmer als das Klimamittel 1961 bis 1990. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, klappt es denn vielleicht mal mit dauerhaftem Winterwetter, zumindest im Januar 2021? Dazu am Ende von diesem Video auch eine aktuelle Monatsprognose. Wie immer freuen wir uns über einen Daumen nach oben und natürlich auch darüber, wenn ihr uns hier bei wetter.net auf YouTube ein Abo dalasst. Ja, der Blick auf die Großwetterlagenkarte des 1. Januars und wir sehen, da ist mächtig etwas los auf der Wetterkarte. Kira, Julia, Hermine, Lisa, Alexander, da wird es richtig eng, da ist ziemlich turbulentes Wetter angesagt. Bei uns dagegen hier in Deutschland eher erstmal noch eine ruhige Wetterlage. Das neue Jahr, das startet ziemlich entspannt. Der Blick auf die Wetterkarte von heute und wir sehen viele Wolken, ein grauer Tag. Stellenweise fällt vor allen Dingen auch im Osten etwas Schnee, Regen oder Schnee. Auch im Südwesten wird es teilweise Schmuddelwetter geben. In den tiefen Lagen Regen, in den höheren Lagen ab 400 bis 500 Metern fällt teilweise Schnee. Und die Temperaturen, die bleiben weiterhin im nasskalten Bereich. Um drei bis vier Grad sind da drin. Leichten Dauerfrost gibt es so ab 500 bis 600 Metern Höhe. Wie wird das erste Wochenende im neuen Jahr? Nun, das bringt weiterhin viele Wolken. Stellenweise auch mal ein paar sonnige Momente. Und die Temperaturen, die erreichen am Samstag ein Grad im Südwesten und bis zu drei, teilweise vier Grad im Osten und im Norden. Niederschläge sind am Samstag erstmal die Ausnahmen. Aber dann, dann wird es spannend zum Sonntag. Da zieht nämlich Schneefall auf. Und der kommt hier vom Süden herangezogen über Bayern, Baden-Württemberg, erreicht dann auch die ostdeutschen Bundesländer, später auch die westdeutschen. Und hier und da kann es auch im Norden mal Schneefall oder hier teilweise auch Schneeregen geben. Denn dort sind die Temperaturen noch ein bisschen höher als im Rest des Landes. So zwei, drei Grad werden hier gemessen. In der Mitte und im Süden, da liegen die Werte beim Schneefall bei plus ein bis teilweise minus ein Grad. Hier kann es auch mal in den ganz tiefen Lagen für eine Schneedecke reichen. Also am Sonntag eine sehr spannende Wetterlage. Auf die gehen wir gleich nochmal ein klein wenig genauer ein. Und der Trend bis Mittwoch nächster Woche. Es geht erstmal nasskalt weiter. Eine Einwinterung für alle bis ins Flachland ist nicht in Sicht. Der Montag bringt Temperaturen um ein bis vier Grad. Im Norden viele Wolken, Regen und Schneeregen. In der Mitte teilweise auch mal Schnee bis auf 200 Meter. Auch der Dienstag nasskalt. Nördlich des Mainz viele Wolken, teilweise Regen. Südlich des Mainz teilweise Schneefall. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad. Die höchsten Werte gibt es hier im Norden. Und auch der Mittwoch bringt sehr wechselhaftes Wetter. Viele Wolken hier und da auch mal etwas Schneeregen oder Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 0 bis 4 Grad in den tieferen Lagen. Ab 400 bis 600 Metern gibt es leichten Dauerfrost. Doch nun der Blick auf den kommenden Sonntag. Und der wird zerspannend. Das hier ist die Wetterlagenkarte für den Sonntagmorgen. Und zwar vom europäischen Wettermodell. Und wir sehen hier einmal quer über Deutschland liegt dieses Niederschlagsband. Und lila bzw. rosa bedeutet in diesem Fall, hier könnte es zu Schneefällen kommen. Bis in tiefe Lagen. Schneeflocken sind mit dabei. Und die blauen Signale, das wären dann eben Regensignale. Wir gucken mal weiter auf den Sonntagmittag, Sonntagnachmittag. Und wir sehen, dieses Schneefallgebiet bewegt sich weiter Richtung Nordwesten. Dann teilweise hier über der Mitte und im Osten ein paar kräftige Schneefälle sind mit dabei. Die reichen auch mal rüber über Hessen bis nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland. An der Spitze Richtung Norddeutschland, da meistern wahrscheinlich Schnee, Regen oder Regen. Da ist es, wie gesagt, einfach ein bisschen zu mild bei Temperaturen von bis zu 3 Grad plus. Aber im Rest des Landes muss man besonders in den Mittelgebirgslagen mit heftigen Schneefällen rechnen. Da kommen auch mal oberhalb 400, 500 Metern 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee zusammen. Weiter unten, da sind es meist nur so 1 bis 3 Zentimeter, vielleicht auch mal 4, 5 Zentimeter. Aber die größeren Schneemengen, die erwarten wir in den Mittelgebirgen. Und das sind mal die prognostizierten Schneehöhen bis zum Sonntagabend. Man hat so ein bisschen das Gefühl, fast ganz Deutschland verschwindet unter einer Schneedecke. Aber diese Karte ist mit Vorsicht zu genießen. Gerade bei Schneehöhen unter 10 Zentimetern, da ist der Unsicherheitsbereich noch sehr groß, was die Schneehöhendecke angeht. Also überall dort, wo unter 10 Zentimeter angezeigt werden, da können es auch mal nur 0 Zentimeter am Ende sein, weil der Boden einfach doch zu warm ist und dann kann sich eben keine größere Schneedecke ausbilden. Aber insgesamt ein sehr schönes Bild für alle Winterfreunde. Zum Sonntagabend verbreitet mal eine dünne Schneedecke auch im Flachland, die da möglich ist. Doch wie geht es weiter in diesem Winter 2020, 2021? Ich sagte es bereits, im Dezember 2020 war 2,3 Grad über dem Klimamittel. Und was bringt uns nun der Januar bis zur Monatsmitte? Wir schauen uns hier mal die Ensemble-Vorhersage an bis zum 16. Januar. Hier oben die 2 Meter Temperatur für den Westen Deutschlands. Und die Temperaturen liegen eigentlich weiterhin durchweg im positiven Bereich im Westen Deutschlands. Da ist einfach keine Einwinterung in Sicht. Später mal ein bisschen tiefer nahe 0, aber dann scheinen die Werte schon wieder zur Monatsmitte ansteigen zu wollen. Auch dann doch deutlich über 0 Grad. Einzelne Läufe über 10 Grad schon wieder. Also da ist immer noch ein großes Rauschen mit dabei. Eine dicke Einwinterung kann ich zumindest im Westen Deutschlands bis zum 16. Januar nicht erkennen. Dazu Niederschlagssignale vor allen Dingen nach dem 7. und 8. Januar. Und die werden dann je nach Höhenlage wahrscheinlich mal als Regen oder Schnee fallen. Die Schneefallgrenze wird meist um 300 bis 500 Meter liegen. Das heißt weiterhin im Westen auch nur ein Mittelgebirgswinter. Wie geht es weiter im Osten Deutschlands? Auch bis zum 16. Januar. Und hier zunächst die Temperaturen aktuell knapp bis zu 5 Grad. Danach auch noch ein langgezogener Wärmeberg um den 4., 5., 6. Januar. Auch hier noch kein Dauerfrost im Osten Deutschlands. Dann wird es ein bisschen kühler um den 9., 10. Hier dann auch mal tagsüber nur um 0 Grad. Doch danach beginnt auch hier schon wieder der große Unsicherheitsbereich. Berechnungen bis fast minus 10 Grad. Jetzt haben wir es aber. Und punktuell weiterhin Berechnungen bis plus 10 Grad. Da können wir einfach seriös noch nichts sagen. Was passiert da nach dem 10. Januar? Der Unsicherheitsbereich bleibt weiterhin sehr groß. Und die Niederschlagssignale, ja, die sind immer wieder mal gegeben. Aber auch hier im Osten gilt, Schneefall meist nur ab 400 bis 500 Metern. Also auch hier meist nur ein Mittelgebirgswinter. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuelle Monatsprognose vom amerikanischen CFS-Modell von der Wetterbehörde NOAH. Ja, und wir sehen weiterhin viel Rot auf der Karte. Das heißt, es wird auch jetzt immer noch ein zu warmer Januar 2021 berechnet. Bei uns in Deutschland im Süden bis zu 1 Grad wärmer als normal. Sonst im Rest von Deutschland bis zu 2 Grad wärmer als normal. Über Osteuropa bis zu 3 Grad zu warm. Teilweise auch mal Temperaturabweichungen bis zu 4 Grad über dem Klimamittel. Einige haben letztens noch gesagt, naja, in Sibirien ist es doch richtig kalt. Die Karte kann doch gar nicht stimmen. In Sibirien ist es doch deutlich zu kalt. Ja gut, aber diese Karte zeigt eben Sibirien überhaupt nicht. Hier beginnt Russland und Sibirien ist irgendwo weit hier hinten. Das kann man also auf der Karte überhaupt nicht sehen. Und der westliche Teil von Russland ist ebenfalls aktuell auch zu warm gewesen. Und nach dieser Prognose soll es auch dort zu warm in diesem Januar weitergehen. Gucken wir mal, ob das wirklich so kommt. Ob es auch wieder so ein Monat wird wie der Dezember. Der war ja wie gesagt auch ein bisschen zu warm. 2,3 Grad über dem Klimamittel. Aber ein richtiger Hochwintermonat scheint der Januar nicht werden zu wollen. Also starken Dauerfrost können wir zumindest in der ersten Monatshälfte auf den Wetterkarten für den Westen und für den Osten Deutschlands aktuell zumindest noch nicht erkennen. Vielleicht endet sich das ja in den nächsten Tagen. Wir halten euch natürlich hier bei wetter.net wie immer auf dem Laufenden. Ja und das war unser erstes Wettervideo im neuen Jahr 2021. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen guten Start in das neue Jahr. Jetzt nehmen euch an einen Daumen nach. Und dann machen euchON.